Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, da bin ich wieder mit meiner Wissenschafts-Sendung, mit meinem Wissenschafts-Podcast, The Big Thing, und wie immer ein wenig Musik zu anfangen. Heute geht es um ein ganz besonderes Gerät, ein technisches Gerät, das bereits vor 20 Jahren erfunden wurde, die Lupe. Die Lupe ist ein sehr schönes Gerät, man kann ihn durchgucken und sieht dadurch größer, aber die andere Seite sieht auch größer, also beidseitig verwendbar, so oder so, spielt keine Rolle. Das ist eine schöne Sache, eine wunderbare Arbeit, und man kann diese Lupe sogar auseinandernehmen, wenn man auf Reisen geht, es ist sozusagen eine Reiselupe. Es könnte auch eine Kontaktlinse sein für einen großen, großen Tiger, also die größte Katze ist ja, wie wir wissen, der Armutiger aus Sibirien. Ja, es gibt dämlich viel weiteres noch hinzuzufügen, Lupe ist Lupe, und jetzt habe ich hier was, verstand ich nicht hier, so, da ist es wieder zusammen. Ja, das war es auch schon für heute, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei meiner Wissenschaftssendung The Big Sing. Geheimnisse der Technik, preisgegeben von mir, Herr Geschneider. Doktor Herr Geschneider.